Hafenland, Trugbracht war es. Da muss es Trugbracht sein mit dem Fischer. Ja und zwar müssen wir hier in Deutschland gehen. Genau hier ist der Hafen und da ist ein Typ. Ja genau. Genau hier, da könntest du mir weiterhelfen. Da ist nämlich ein Fischer. So. Oberster Fischer. Mann, alle meine besten Fische wurden gestohlen. Schon wieder. Dieser verdammter Dieb. Immer ist was weg. Wenn ich mal kurz nicht auffasse, aber selbst wenn ich, äh, wenn ich bis spät in die Nacht Wache halte, sehe ich rein gar nichts. Also der wird immer beklaut hier der Typ. Keine Ahnung wann der Kerl sich meine Fische krallt. Und gehen in die Nacht. Da ist er. Unser Dieb ist hier. Den hauen wir direkt K.O. hier den Typ. Fischdieb. Wie törig. Kaboom. Haha. Jetzt haben wir ihn ein Einhaltbot, Freunde. Das ist also der Dieb, hm? Sag mir, warum bestehlst du mich? Da draußen gibt es doch viel, äh, viel wertvollere Dinge, die du dir unter den Nagel reißen könntest. Hm, ich kenne dich, äh, mich eben nur mit Fischen aus. Das merkt man. Hast dir ja immer meine besten Fänge gekreilt. Was soll die Lob, äh, Lobdudelei? Ich bin ein Strolsch und Dieb. Vergiss das nicht. Ich weiß schon, was ich sage. Wie wäre es, wenn du dein dunkles Gewerbe aufgibst und stattdessen Fischer wirst? Heißt das, du verfeibst mich nicht bei den Wachen? Tief in dir drin steckt ein fähiger Fischer. Den muss man nur an Land ziehen. Schön. Schön gesagt, Freunde. So hat mich noch niemand gelobt. Es tut mir wirklich leid, dich bestohlen zu haben. Ah, er hat ein gutes Herz, der Dieb. Der hat es nur aus Hunger gemacht, wahrscheinlich. Nicht doch. Ich muss mich bedanken. Ich habe einen wunderbaren Gesellen dazu gewonnen. Stärkene Nuss. Jawohl. Wir tun sie in dieser Zeit zur Hö elev ar Pak hatte so Sometimes �에 anme D Bible.